Musik Kommen wir jetzt zum Film sehen? Klar! Musik Musik Sagen wir was dazu? Haben wir den Typen? Den vom Ordnungsamt? Der treibt seine Rolle. Ganz vorsichtig aus. Ist denen sein Job? Ja, aber trotzdem. Er kriegt bezahlt dafür. Ja, er kriegt bezahlt. Wollen wir springen? Nur wenn du mitmachst. Wollen wir jetzt hin? Hoch. Einfach hoch. Also du kannst es dir aussuchen. Ist der wie geil? Ja. So, ich bleib erst mal stehen irgendwie. Und du sagst du putzt noch ein bisschen? Ich putze noch ein bisschen. Für die Jungs, die alle gerade Räder fahren, kann ich ganz ehrlich sagen, macht das nicht mehr. Kommt nicht gut an. Auch bei den Frauen nicht. Gefällt dir das Bild? Sehr, sehr gut. Schau hin. Ne, sieht echt gut aus. Aber du bist bis jetzt auch der schwierigste Kunde. Ja, bei der Zugung. Tschüssi. Aber was ist morgen? Wir haben morgen einen Zahnarzttermin. Und was ist, wenn wir dir ein Bild schicken von dein Trabisu? Und du dich erst dabei angucken darfst. Dann hab ich nicht ganz so viele Schmerzen. Da hab ich glücksfinde. Guck mal. Hallo. Hallo Stefan. Hallo Kuka. Ja, ein Ende wurde leider nicht mehr gefilmt. Ihr kennt mich ja, ich bin Stefan. Ich schneide die Videos immer. Hier ist das Ende. Die Videos, das wissen wir, waren jetzt immer ziemlich chaotisch, spontan und so weiter. Das wissen wir, da arbeiten wir dran. Die nächsten Videos werden auf jeden Fall strukturierter und cooler. Und den Kalender gibt es in Kürze zu kaufen. Ab 1.10. ist jetzt der Plan. Ich hoffe, wir können es einhalten. Es folgt noch mindestens ein Video zum Kalender. Das drehen wir dann jetzt am Dienstag. Am 1. Hier geht nochmal. Alles klar. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch haben die Videos trotzdem gefallen. Bleibt am Ball. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss.